Das ging schon eine ganze Weile so. Sie hatte seit einem halben Jahr Magenschmerzen. Und ihre Mutter, die ist mir total, die hat sie zum Kinderpsychologen geschickt. Das musst du dir mal vorstellen. Sie hat gedacht, die will sich vor der Schule drücken. Und naja, nach der Gastroskopie, da mussten wir dann drei Tumore entfernen, aber es war schon viel zu spät. Weißt du, ich verstehe das alles nicht mehr. Wenn du erstmal auf der Inneren bist, dann ist diese ganze Scheiße vorbei. Lehrjahre sind eben keine Herrenjahr. Ich kann es nicht. Ich kann dir den Job nicht machen, okay? Das fährt dir nach neun Jahren aus. Ich kann es nicht. Das ist jetzt eine Lesbe oder was? Und wie? Warte mal. Also gut. Wer ist es? Kenne ich sie? Wer ist die Schlampe? Sie heißt Charlotte. Und? Sagt ihr das was? Ich kriege ihn dieser sinnlosen Ehem. Was? Du kannst es momentan, ich dachte... Du glaubst, ich wollte hier mit dir leben. Du brauchst mich. Du brennst mich ins Gefängnis, ich krieg vielleicht zwei Jahre. Die vergehen wie im Flug. Ich werde dich jede Woche besuchen kommen, Susanne. Wir haben noch ein ganzes Leben zusammen vor uns. Du glaubst, es ist eine Liebesaffir? Eine Beziehung? Was? Kleine, klebrige Goldstimme? Und meine Haare in deinem Tagebuch? Wo hast du die Opier? Mit dem einer Scheißspinzart mit 2000 Bein? Ich bin so oft normal. Weißt du nicht, dass man andere Leute Tagebücher nicht liest? Das ist privat. Du Jobst. Du bist ein Panic-Compass! funny 6 Die Allżebots Untertitelung des ZDF, 2020